Die Eiskönigin präsentiert Witziges Winterwissen Wusstest du, dass es ein Wesen gibt? Hallo neue Freunde, ich bin Olaf. Schneemänner mal ausgenommen. Ich werd's ihm sagen. Untersteh dich, hörst du? Dass hervorragend mit Kälte umgehen kann? Anna, er hat sie nicht alle. Darf ich vorstellen? Das Rentier. Wer ist das süßeste Rentier auf der Welt? Ich weh nicht, dass du so mit ihm redest. Dein Fell kitzelt. Seine Rufe sind so groß und breit, dass es sich federleicht auf Schnee und Eis fortbewegen kann. Alles klar, schön langsam mein Freund, komm her. Ich hab dich. Okay, du bleibst hier Kumpel. Es kann bis zu 70 Kilometer pro Stunde rennen und frisst in Wirklichkeit nur selten Karotten, sondern eher Flechten und Blätter. Nein Sven, ich hab keine Karotten für dich. Aber ich glaube Sven beweist uns das Gegenteil. Da hat er doch versucht mein Näschen zu küssen. Ich mag dich auch. Genieß den Winter und entdecke weiteres Witziges Winterwissen mit Die Eiskönigin.